Hallo und herzlich willkommen zurück zu Versprochen, dem Kongstar-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und wir sind in diesem Format gemeinsam mit euch auf der Suche nach den Kongstar-Fairness-HeldInnen 2024. Dafür stellen wir jeden Monat Menschen, Vereine oder Organisationen vor, die zu einem bestimmten Thema einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Leben haben. Und ihr da draußen entscheidet dann, wer von den nominierten Fairness-HeldInnen des Monats wird. Jep, so läuft das normalerweise hier bei den Kongstar-Fairness-HeldInnen. Aber heute legen wir noch einen drauf. Denn ihr entscheidet im Oktober nicht nur, wer Fairness-Heldin des Monats wird, sondern auch, wer überhaupt nominiert wird. Dafür haben wir euch im Laufe der Staffel immer wieder gefragt, wen ihr als Fairness-Heldin nominieren würdet. Und ihr habt geliefert. Dafür möchten wir uns erst einmal bei euch bedanken. Denn da waren richtig, richtig gute Vorschläge dabei. Wir haben alle eure Einreichungen gelesen und eine kleine Auswahl getroffen, die wir euch heute vorstellen möchten. Das Besondere in diesem Monat ist, dass sich unsere Nominierten in den verschiedensten Themenbereichen engagieren. Lasst uns also nicht lange um den heißen Brei reden und direkt mit den Nominierungen starten. Ferien ohne Krieg oder Gemeinsam gegen die Dunkelheit. Das sind nur zwei der vielen Projekte vom Verein Blau-Gelbes Kreuz. Bereits seit 2014 engagiert sich der staatlich anerkannte und gemeinnützige Verein für die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine. Er bietet Hilfe für die Opfer des Krieges an. Insbesondere für Kinder, Binnenflüchtlinge, Verletzte und stark bedürftige Menschen. Seit dem 24. Februar 2022 haben sie über 20.000 Verletzten in der Ukraine geholfen und über 2000 Tonnen Hilfsmittel in die Ukraine geliefert. Gegen verbale sexuelle Belästigung, auch bekannt als Catcalling, setzt sich der Chalkback Deutschland e.V. ein. Das ist der Dachverband aller deutschen Chalkback-Accounts. Betroffene von verbaler sexueller Belästigung können sich bei dem Verein melden und den Vorfall schildern. Am Ort des Geschehens kümmert sich der Chalkback e.V. darum, auf die einzelnen Belästigungen aufmerksam zu machen. Und zwar, indem sie mit Kreide die Wortwahl der TäterInnen auf den Boden schreiben. Die Arbeit wird natürlich auch auf Social Media dokumentiert, weil sie dort nicht vom Regen weggewaschen werden kann. Zusätzlich gibt der Verein auch Workshops zum Thema Catcalling und Alltagssexismus. Behindert und Stolz. So heißt das Buch von Luisa Laudace. Sie engagiert sich als queere Aktivistin mit Behinderung für Inklusion und Antidiskriminierung. Luisa wurde mit einem Gendefekt geboren und hat lange Zeit nicht verstanden, warum sie in der Pause nicht mitspielen durfte. Der Grund dafür ist Ableismus. Die strukturelle Diskriminierung behinderter und chronisch kranker Menschen. Durch ihre Aufklärungsarbeit hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Begriff Ableismus auch in der deutschen Sprache immer mehr etabliert. We rave together, we heal together. Das ist das Motto vom Mental Rave Network. Die gemeinnützige Organisation verfolgt das Ziel, das Thema Mental Health in der Festival- und Club-Szene zu etablieren. Dazu bietet das Netzwerk zum Beispiel anonyme und vertrauliche Therapie und Beratungsangebote an und setzt sich politisch und öffentlich für das Thema Mental Health ein. Durch diverse Spenden und Fördergelder kann das Netzwerk dauerhaft ein rave-sensibles Angebot und nachhaltige Strukturen schaffen. Feminismus für alle. Unter anderem setzt sich Julia Plochberger genau dafür ein. Auf ihrem Instagram-Account begeistert sie ihre Community mit Tweets, Infoposts und Reels zu den Themen Diskriminierung, Feminismus und mentale Gesundheit. Fast 5000 Menschen folgen ihr und ihren wichtigen Denkanstößen für eine diskriminierungsfreie, untolerante Welt. Ihre Postings enden häufig mit dem Satz, Pünktchen, 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 Sad no one ever. Denn sie dreht verbreitete Klischees um und schafft es so, andere besonders meinungsstark zu inspirieren und zum Nachdenken zu bringen. Trinks auf mich! Hinter diesem Namen steckt die Polit-Influencerin Julia Gruber. Mit ihren digitalen Kanälen bietet sie eine sichere Plattform, um die Notwendigkeit von Feminismus hervorzuheben. Sie strebt danach, Menschen über Feminismus aufzuklären, Betroffenen von sexualisierter Gewalt Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Auf ihrer Website schreibt sie über Alltagssexismus und zeigt diverse Hilfsangebote für betroffene Frauen und Männer auf. Zusätzlich teilt sie Erfahrungen von Diskriminierung, die sie und ihre Freundin aufgrund ihrer homosexuellen Beziehung erleben. Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen von sexuellen Übergriffen viel zu oft gestellt wird und impliziert, dass sie möglicherweise eine Teilschuld am Übergriff trifft. Deshalb hat Emily Unger 2021 die Ausstellung Was hattest du an? initiiert. Die Ausstellung zeigt unterschiedlichste Kleidungsstücke, welche denen ähneln, die die Betroffenen zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblicke in die Gefühlswelt der Betroffenen. Was hattest du an? soll dafür sensibilisieren, dass eine Straftat nie von den Betroffenen zu verantworten ist und sie deshalb keine Schuld trifft. Das waren auch schon wieder unsere bzw. eure Nominierungen. Vielen, vielen Dank noch einmal für euer Engagement. Wie geht es jetzt weiter? Ab sofort ist das Voting wieder offen. Ihr könnt also auf congsta.de slash Fairness-Heldin für eure Favoritin oder euren Favoriten abstimmen. Wer nach sieben Tagen die meisten Stimmen hat, ist Fairness-Heldin des Monats Oktober. Dem Gewinner oder der Gewinnerin möchte congsta noch etwas mehr Aufmerksamkeit ermöglichen und kooperiert deshalb im Rahmen der Fairness-Heldin-Initiative mit der Zeit Verlagsgruppe. Wer Fairness-Heldin im Oktober wird, erhält im November ein Porträt oder Interview, das auf einem Branded Content Hub unter Zeit Campus Online veröffentlicht wird. Und dann steht endlich das große Finale an. Das bedeutet, am 5. November sehen wir uns dann hier auf dem Kanal wieder. Dann blicken wir mit euch gemeinsam auf die Staffel zurück und stellen euch noch einmal alle sieben Monats-Heldinnen vor. Diese kämpfen dann in einem finalen Voting um den Titel Kongsta Fairness-Heldin des Jahres 2024. Wer das Rennen gewinnt, entscheidet natürlich ihr. Dieses Mal gemeinsam mit einer Jury. Wie das genau funktioniert, wer in der Jury sitzt und was der oder die Fairness-Heldin des Jahres gewinnt, das erfahrt ihr am 5. November hier auf dem Kanal. Damit ihr das nicht verpasst, lasst uns gerne ein Abo da und freut euch auf das große Finale. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Jury. Bis bald, euer Jury.